Warte mal, wir haben doch Bio Sprit. Mal gucken, ob die ausreichen. Na toll. So, den da. Ist mir schon klar, dass ihr knallt, aber ich muss euch trotzdem einschalten. Ich vermute mal eh, das wird nicht reichen. Das reicht. Wir hatten 500, das heißt wir brauchen 4 Kraftwerke. Okay. 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 Erstmal dann. Nein. Oh, nee, dann nicht. Da brauche ich nur... Braucht dann ein bisschen der Pfuhl. So. Irgendwo hier hatte ich doch noch, da müssen wir mich gleich Pfuhl produzieren lassen. Ähm, Holz. Lassen wir mal da, die kriege ich gerade nicht runter. Oh, ich glaube, wir müssen nachher nur Brumm Brumm machen. Uh, die haben wir gleich. 100, 250... Ey, das könnte man gleich zusammenkriegen. So, dann brauchen wir doch mal... Ähm, auch Frames habe ich hier auch noch. Hier, hier, hier... Na, kriege ich alles mit. So. Hallo, ich sag dir, Steuern. Ey, sag mal. Danke. 100, 2, 3, 4, 500. 1, 2, kriege ich nur 3 mit, muss ich auf seiner machen. Na, Firefly, bist du da? So, brauche ich mal noch 500 Frames. 1, 2, 3, 4, 5. 100, 200, 300, 400, 500. So, wollen wir mal, hä? Wollen wir mal, hä? Gib ihm! Hast dich mal kurzzeitig mit Gibbigen befasst. Ja, das kommt bei mir auch noch. Go. Brainwork. Tschüss. Piu. Oh. Pssst. So. Dann müssen wir hier jetzt erstmal unsere Dinge wieder rausholen. Die da. So, was war da unten? Irgendwas mit Framework, ne? So. Yo. Ölaufbereitung, industrielle Fertigung und Katerium Elektronik. Ölaufbereitung, Ölpumpe. Äh, da, 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 da. Öl Raffinerie. Can be automated by feeding parts into it with a conveyor belt connected to the input. Ja, klar. Kunststoff. Vielseitiges und einfach herzustellendes Material, das für viele Dinge verwendet werden kann. Brennstoff. Full is Acer converted into electricity or as full for vehicles. Gummi. Gummi ist ein Material, das sehr flexibel ist und eine große Reibung aufweist. Platine. Leiterplatten sind hochentwickelte Elektronik, die auf vielfältige Weise eingesetzt werden. Scanner update Rohöl. Fabrikator. Crafts three or four parts into another part. Okay, ein LKW können wir bauen. 48 Slot Inventory. Computer. Ein Computer ist eine komplexe, logische Maschine zur Steuerung hochentwickelter Vorgänge in Maschinen. Arterium Elektronik, intelligenter Splitter. Splits Convoyer Belts in three. You can set a rule for which part should go to the left and which part should go to the right. KI-Begrenzer. Supercomputer sind hochentwickelte elektronische Komponenten, die zur Kontrolle von künstlicher Intelligenz verwendet werden und verhindern, dass diese eine bösartige Entwicklung nimmt. What? Supercomputer. Der Supercomputer ist die nächste Generation des Computers. Highspeed Anschluss. Der Highspeed Anschluss verbindet auf sehr effiziente Weise mehrere Kabel und Drähte. Verwendet ein Standardmodell, sodass die Anwendungen vielfältig sind. Bösartig. Ach, es kann schon schief gehen. Fünf Minuten später. Panik. Erweiterte Energieinfrastruktur Förderbänder Mod 4. 450 Ressourcen pro Minute, Alter. Brennstoffgenerator. Brennstoffgenerator consumes full to generate electricity for your power grid, as an input, so feeding fuel can be automated. Jetpack. Jetpack. Plus 5 Inventory Slots Jetpack. Robuster Mehrzweckrahmen. Computer. Gasmaske und Filter. Flottkörper, damit kannst du giftige Gase einatmen, verbraucht Filter aus deinem Inventar, wenn du Giftgas ausgesetzt bist. Ja, und Phase 3 kommt dann noch. Können wir gleich mal nochmal gucken, was braucht den Phase 3 jetzt. Unavailable in Early Access. Okay. Das sieht man also noch gar nicht. Also man kann jetzt unterm Strich hergehen und sagen, man hat es durchgespielt. Man kann die Sachen jetzt noch alle automatisiert machen. Glückwunsch, Sie haben aktuell den Endcontent erreicht. Genau, unterm Strich ist es das. Also klar könnte man jetzt noch, wir können jetzt mal hergehen. Nein, können wir nicht. Ich muss halt hier auch sagen, gerade bei dem Save. Ja, zum einen war es ja angedacht, mit mehreren zu spielen. Gibt aber noch genug Sachen, die einen interessieren. Ja, klar. Ich sage ja, man kann jetzt. Ich habe gesagt, man kann. So, nehmen wir mal die da. Ja, 50 Motoren werden wir noch nicht haben. Ja, 24 erst. Aber das können wir auch schon mal reinschmeißen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ne, also. So, ah, Bullshit. So, die da und die Motoren fehlen, ne? Ah, ich denke, die kriegen wir heute noch hin. So. Ne, mein gibt ja, da hinten gibt es Katerium. Also ist, by the way, es gibt da hinten eine. Da, wo bei mir Kohle jetzt steht, da hinten. Da ist so ein Penüppel drauf. Da kannst du nicht abbauen, ne, Firefly? Was hast du jetzt noch hinbekommen? Was? Da hinten, hier gibt es eine. Hier. Die kann man abbauen. So, da so die da hinten, so 400 Meter. Von hier. Die kann man abbauen. Darüber. Die ist irgendwo da hinten. Da muss man sich dann hinbauen. Gibt es denn auch noch die Artefakte? Die haben ja aktuell auch noch WIP dran. Also Work in Progress. Äh. Oh, da oben haben wir Schneck, Schneck. Oh, toll. Au. So. Uh, ruckelt die, ruckelt die, ruckelt. Denk mal, das hat doch da gerade gebrummt. So, da drüben ist die. So, jetzt war doch hier aber gerade der Schneck, Schneck. Da drüben ist sie. Alter, verschreckt mich halt. No, 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 no. Alter, really? Oh nein, alter, verpiss dich. Ich will nur die Schnecke und Gutes. Ich hoffe, der ist da drunter gefallen. Oh, la, 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 la. Alter, fick dich. So, la, 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 la. Alter. Auch kein Scheiß. Uh. Wie die Stadt heute noch hin? Ne, der Kampf mit dem, äh, mit der Schnecke. Die wehrt sich mit Händen und Füßen. Alter, come on, geh doch da hoch. Ey, diese Glitches ab und an, ne. Also, da müssen sie echt dringend was tun, alter. So, geht doch. Meine. Ach, du, ich bin da. Tschüss. Oh. Alter. Das musst du nochmal üben, du. Oh, das ist gar so duster. Oh. Ja, ja, wenn man halt springen will, ne. Dumm gelaufen. Das mit zusammen spielen, bist du ja entschuldigt. Ja, ist aber immer so. Mittlerweile bin ich tatsächlich geneigt dazu, so allmählich zu sagen, ne, Leute, ich spiele mit keinem mehr, weil. Es ist halt immer so, ne. Klar, bei dir war es jetzt was anderes, wegen, weil das nicht funktioniert, aber. Es sind halt immer dieselben Leute, die dann schreien, oh, hier und ich spiele mit und blablabla, dann spielen sie einmal mit und da waren sie nicht mehr gesehen, haben sie keinen Bock mehr. Und das ist halt, ne, ist halt doof im Stream, ne. Und ja, ich kann die Gründe stellenweise verstehen und das soll jetzt auch nicht, darum sage ich auch keine Namen, ja, oder so und es soll auch kein Anschwärzen dem gegenüber sein, aber es ist halt, naja, ist halt immer so, ne. Ist halt immer dann, wie sie denn doof. Weil, kündigt mal vorher an, man stellt sich drauf ein, gerade die ersten ein, zwei Streams oder so, ja, baut das Zeug als Multi- oder als Koop-Spiel auf und ja, ich häng halt jetzt da, ich hab hier ein Riesen-Zeug, muss unterm Strich alles alleine machen. Na, hätte ich nämlich nie so riesig gebaut. So, da, die tun jetzt erstmal wieder. So, genau, wir haben ein ganz dringendes Problem, Energy. Und dann war ich noch da oben beschäftigt. So, also, wir können erstmal das Stecken da wieder wegnehmen. So, dann warte mal hier oben. Ich hoffe, die Energie hält so lang. Äh, ne, irgendwo da unten. Was hab ich denn hier oben gemacht? Äh, ich weiß wieder. Ja, Problem ist, dass das hier jetzt... Aber zu knapp geht, oder? Klicke ich jetzt hier noch? Kann ich da drauf stehen? Nein, natürlich nicht. Aber da oben kann ich drauf stehen. So. So. Ach so, der ist doch schon angeschlossen. Dann da hin. Hm. Ah. Ah, den kann man mal da hin machen. So, du magst mal Steelbeam. Ja. Äh, der Versuch war gut, ne? Ah, jetzt macht er was. Nö, 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 nö. So, und jetzt haben wir das Problem. So, jetzt ist die hier, äh, so. So. Ich glaube, wir so Teile sollten eigentlich... Wie klappt das überhaupt, jetzt muss ich mal gucken. So, klar. Das hier geht. So. 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 Nein, nein. Nein. So. Ja, da kann die zwei versorgen. So, hier. Hier und hier. So. So. So, und ich weiß, die haben noch kein Ding. Das ist beabsichtigt. So, wieso? Mach ich denn hier bitte den da? Äh, ich brauch doch den da. So, es geht in die Richtung. So. 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 Da lang, da lang. So. So, dann haben wir hier... Pass auf, da reicht mir jetzt das Zeug nicht mehr. Aha, was habe ich gesagt? Ausschlecken. Zum Kotzen ist das. Was brauche ich denn dafür nochmal? Ich glaube, da braucht es Stieler, oder? Und Beton. Da brauchen wir gleich nochmal. Guckst du, du Schneck, Schneck, können wir gleich wieder da reinschmeißen. Da holen wir mal gleich mal. Uh. So. Dann wollen wir mal holen. Und, wo bist du, geht da, der Ingame beschäftigt, Firefly? So. Genau, dann müssen wir wieder hoch. Na toll. Lass mich doch da unten durch, Mensch. Hm. Im Sturm und Drang alles abzureißen und irgendwie neu aufzusetzen. Willkommen. Irgendwie kenne ich das. Ah, genau. Hier, den Ding wollte ich bauen hier, ne? Den da. Oh. 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 Alter, was habe ich da gerade für eine Rotze gebaut? Probieren wir ja gleich nochmal, ne? So 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 Wo kriege ich? Danke So 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 Ah Da wurde jetzt da hinten halt erstmal ewig, bis da was ankommt, ne? So 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 Und die Seite ist unten auch gerade ausgeschalten, was hier oben läuft, das heißt es läuft auch irgendwann leer So Und guck aber mal hier Uh Oh Aber es geht mehr rein als Oh, da braucht er immer drei Gut, der da vorne ist schon vollgelaufen, irgendwann läuft der voll Kann ich jetzt auch erstmal ausschalten Kann ich jetzt auch erstmal ausschalten So Okay